guten morgen gaming ghost ja guten morgen sind wir schon wieder müssen wir schon wieder aufstehen sind in einem wunderschönen weichen bett in einem ananas haus sind wir auch nein da wirklich ja ich dachte das ananas haus habe ich nur geträumt und woher hast du eigentlich mein ivo masterplay shirt ich muss meinen spiegel schauen warte mal ich versuche mich mal hier zu spiegeln in der im fenster tatsächlich super ja das wollte ich ja schon die ganze zeit haben ich weiß ich habe es nicht an und ich habe mich auf spaß player genannt du hast dich player genannt ich kenne dich ja ich weiß ja wer du bist ja so was möchtest du machen also wir wollen frühstücken dachte ich nach oben fahren wir fahren mal hoch das haus haben wir erst neu wir wissen ja noch gar nicht was hier alles gibt ja ich sowieso nicht ein flügel hier geht es ja noch mal hoch klavier spielen kann man da guck mal ich kann klavier spielen ja super komm mit ja hier geht es auch noch mal durch das kann man auch alles mit dem aufzug fahren wahrscheinlich kann es sein ich hätte gerade ein bisschen ich hecke du hext warte ich muss irgendwie da hoch die treppe die ist irgendwie ein bisschen komisch weil du vielleicht falsch hoch ist weißt du was ich nehme einfach den aufzug wo ist er denn der geht da nicht hoch der geht da schon auch wo der geht hier nicht hoch jetzt kommen wir es egal da oben gibt es nichts interessantes ist aber so schön guck mal was hier die können wir dir aufgehen guck mal das bild an ich kann hier duschen ah guck mal ich komme hier mit dem bild an guck dir mal mein bild an warte ich dusche noch ich habe ein bild in der hand cool sehr schön das ist ein echter picasso okay jetzt kommen wir müssen essen kommen runter hier hier ja ich bin doch und ich bin unten okay da sind wir so ich mache ein bisschen was zu essen ich mix mal kurz was möchtest du ja ich habe einen bananen shake oder ananas je nachdem ananas okay ananas kann ich dir machen guck mal hier ist sogar eine mikrobelle ich weiß setze ich doch schon mal hin ich möchte auch noch mal schauen was du so da hast aha was ist das setz dich hin das schokolade setz dich jetzt hin ey keine schokolade essen warum nicht du bist wie meine mutter keine schokolade vor dem essen ja es gibt schon was süßes zum essen okay ich bin gespannt es gibt waffeln noch mehr pfannkuchen wunderbar so kleine pfannkuchen super dankeschön nehme schon mal ja aber ist sie noch nicht warum nicht weil ich auch noch für mich macht ja natürlich wir wollen zusammen essen das war doch nur spaß so dann nehme ich für mich dann kriegst du noch mal einen ananas shake hier bitteschön juhu warte jetzt nehmen nimm juhu danke nimm ja jetzt nimm ihn ich kann ihn nicht nehmen hier okay jetzt hast du ihn da ist er doch da liegt da noch nicht trinken wo ist eigentlich dein essen hast du dein essen noch das hast du mir doch wieder weggenommen habe ich nicht doch das hast du mir weggenommen also du hast es schon gegessen also wir essen jetzt lecker und trinken auch fertig gegessen gut okay jetzt trinke ich noch eine cola willst du auch noch eine cola rein saufen nein danke ich brauche keine cola dann sauf ich mir mal die hände so lange und lecker und fertig ich schaue mich noch ein bisschen um moment ja wir fahren hallo wir fahren jetzt hast du ein auto auch ja ananas auto ja natürlich alles ananas ich hier super so wo kommt denn jetzt das auto ne das habe ich nicht aber ich habe schon ein cooles auto ist aber kein auto ich weiß das ist auch nicht mein auto dass ich hole mein auto mal raus soll ich wirklich mein auto rausholen ja hol mal dein auto das ist dein auto herzlichen glückwunsch oha guck mal was unser auto für eine spur hinterlässt wahnsinn wie mit dem flux kompensator wollen wir mal wieder wegfliegen diesmal nicht komm lass uns mal da reingehen da ist ein gerichtssaal da möchte ich gerne mal reinschauen warum nicht wir haben damit nichts zu tun und weißt wo wir doch noch mal hinwollten hier ist doch so ein tolles ozeanarium da wollten wir auch ein ozeanarium da wollten wir noch mal reinschauen das ist ein sport center ich möchte ja ich möchte mir jetzt hier ist es wie ein auto car sport center oder was was ich gehe mal schauen hey das sieht aus wie auto center ich würde gern neues auto kaufen das ist ein sport center hier guck mal hier kann man schwimmen da vorne kann man was ist das denn kann man da reiten ich gehe mal hier rein was ist denn das ein sport center box so wie ninja warrior oder so was ist das ja ich trainiere ich trainiere ich mache hier mit guck mal was ich hier mache guck dir erstmal an was ich hier schiedsrichter man kann schiedsrichter sein oder man kann man kann was ich hier hinter dir mache du konzentrieren ja super sehr cool so ich komme da hoch ach so da kann man verschiedene kämpfe machen miteinander gegeneinander und einer kann schiedsrichter sein das sind verschiedene rollen die man sich zuweisen kann also können wir jetzt wieder gehen gewonnen ich habe schon gewonnen ja 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 so tschüss geht's zum exit ja ich bin wieder zurück ja also ich fahre jetzt wenn du nicht kommst du fährst ohne mich ja ich bin noch am feiern hier ich finde das so cool okay tschüss warte noch auf mich bin schon weg bist du denn ich versuche es ja ich hab guck mal was ich kann das ist jetzt sehen müssen ich habe hier voll die rolle vorwärts und so was wenn du nicht wunderst warum da kein auto mehr steht du bist schon weg gefahren na dann hier hier komme ich doch schon ich lege keinen wert mehr auf deine gesellschaft hallo jetzt kommt jetzt kommt sofort ich bin hier oben ja dann komm jetzt runter jetzt komm oder du wirst nie wieder mitgenommen da vorne kann man musik machen ich bin drin das breit hatten wir das letzte mal getankt eigentlich ach das war das andere auto werden doch hat der roboter war so klasse wir fahren heute mit dem bus und zwar zum zoo das finde ich gut so ist super so bin ich sofort dabei okay und rein wir sind am zu im zu ja was ist das ja wir müssen erstmal hallo ist eine geburtstagsparty hier kann man sachen kaufen kommen wir gucken uns erst mal den zoo an das sieht lecker aus lass uns den kuchen hallo der kostet nein tut er nicht okay diebstahl ich rufe die polizei an ich habe ihn nur ausgeliehen nein ich will mal gucken ob der schwimmt im wasser ok ich hol's jetzt raus buchen schwimmt siehst wie der kuchen schwimmt ja super okay weißt du was schon wieder da ja und ich habe in der zeit schon die polizei jetzt angerufen du rufst wegen wirklich wegen sowas rufst du die polizei schau mal hier geht's rein da hinten müsste es reingehen wo ist denn hier der zoo zu schattel da ist der zu hallo ist ich bin im panda haus geradeaus vom zoo eingang ist das panda haus da sind so kleine iglos und da die sind süß ich habe auch ein ich möchte noch ein nehmen geht das kann ich noch ein nehmen aber kommen wir packen die schlafdinger die kommen da rein die müssen wir da reinpacken die liegen ja hier sonst so rum jetzt liegen die alle schau mal die liegen hier einfach so rum die müssen doch damit auch zusammen spielen dann setze ich den auch da oben drauf schau der wirkt hier auch wie süß der eines im wasser bei mir nein wir müssen raus nein den habe ich reingepackt er liebt das so der schwimmt da und jetzt geht er auf die jetzt geht er auf diesen ring jetzt kann ich nicht ich kann den da höchstens und jetzt kommt er mal auf die schaukel kann ich mich da hallo da muss der panda rauf und da ist doch noch eine schaukel aber das ist glaube ich eine menschenschaukel ja das andere war die panda schaukel aber du kannst ja überhaupt nicht mal auf mich vertrauen was ist denn das hier hier kann man die auch reinlegen die kleinen panda bären ich hole den mal ab der liegt hier unten so ganz allein auch sind die süß guck mal ich lege den da mal rein dann liegt er da schön drin und kann da schön schlafen ja können wir jetzt weitergehen ach ist das nett können wir jetzt weitergehen ja wir gehen doch schon weiter so guck mal da sind die kleinen bettchen für die panda bären habe ich einen reingelegt okay gucken wir mal weiter hier kann man die füttern ja guck mal nimmt das klicke zum füttern da nehmt euch was hallo da ist was oder der der hat herzchen jetzt die haben jetzt alle was bekommen okay dann können wir weitergehen hier gibt es oh hier kann ich gras nehmen hier füttert man rehe mit gras hier ein re kommt schon zu mir die tiere kommen wegen deinem futter ja hallo ihr bitteschön da das dürft ihr nehmen ich wohl noch welches die kommen dann dahin wo kommst du dahin wie schön was gibt es hier noch okay wir können weitergehen schau hier geht es noch lang da guck mal wie die sich vor die gorillas wir müssen heim wir haben kein wir ich wurde gerade angerufen du wurdest angerufen wir müssen heim ach schade aber wir kommen wieder her oder ja 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 aber ich würde das mal sagen das war's mit der folge wenn sie euch gefallen hat dann lasst gerne ein like da bis zum nächsten mal und tschüss haut rein ciao